Ich weiß warum ich weiblichen Baileave genommen habe. Bei mir waren es die Titten. Safe. Wenn man sich selbst heiraten würde, dann würde ich mich selbst heiraten. Habe ich jetzt alles voll? Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, das ist richtig. Weil sonst würde das der Rio nicht sagen. Irgendwas für ein Report. Äh... Hahahaha... Ich bin vom verregelten Wald. Wir sind beim Mieten. Machen wir das. Oh, da können wir tatsächlich die Mission noch machen. Sehe ich gerade. Dann können wir die gleich machen. Ich habe keine mehr zum Aufleveln. Keine Einheiten. Es sei denn, ich will jetzt unbedingt die anderen Einheiten noch aufleveln. Ähm... Die könnte ich mit Feder irgendwie... ...hoch pushen. Dich könnte ich mit Leonie hochpushen. Das würde sich vielleicht überlohnen. Lorenz. Das... Uh... Genau. Das fehlt noch. Das könnten wir machen. Hannemann und Dorothea noch. Zack, zack. Bist du Hannemann. Und du nimmst... Dignatius. Dignatius. Karte! Der ist auf oben. Wann mal los gehts. Wann mal los gehts. Los geht's. Das ist natürlich jetzt doof. Das ist ein Wettbewerb. Aha, Flug-Einheit und Magia. Äh, ja. Äh, ja, ja. Ich glaube, da heile ich dich lieber. Gut, dass sie alle nur Doro angreifen. Gut, dass sie gerade nur Doro angreifen. Ach, die ist schon auf S+, sehe ich gerade. Wie weit bist du denn mit der Axt auch schon auf S+, okay. Ich habe gar keine Angriffe vom Glauben her sich dort. Hm. Lass mir sagen, warum du dich nicht angreifen kannst. Ich habe keine Angriffe vom Glauben her. Ich habe keine Angriffe. Ich habe keine Angriffe. Ich habe keine Angriffe vom Glauben her. Ich habe keine Angriffe vom Glauben her. Ich versuche es wieder mit den zwei. Ich glaube, das könnte eine Hose gehen, aber ich versuche es trotzdem mal. Ich habe keine Angriffe vom Glauben her. 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 Ich mache nie mit den Glaubens Congratulations. Ich habe meine Angriffe vom Glauben her. Das war's für mich. Geht man? Um. Ah. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für heute. So. Uno. Sehr gut. Haben wir das auch geschafft? Wewe. Was für ein Report meintest du denn? Ja, hatte ich gesehen. Ja, hatte ich gesehen. Ich glaube das ist vom DLC. Das hat glaube ich jeder oder? Ja. Genau, im Discord habe ich das gesehen. Ja, es gibt eine neue Stufe. Ja, stimmt. Es gibt ja neue Klassen. Ja, genau. Stimmt ja. Das wurde erwähnt. Also wenn ich den Playthrough hier durch habe, dann machen wir auf jeden Fall den DLC. Einmal den wieder ausrüsten. Einmal den hier. So ungefähr. Ähm, der sagt, dass ich dafür noch nicht das freigeschaltet habe. Ja. 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 Wieso ist der Akku kaputt oder? Wofür brauchst du dein... Wie meinst du das jetzt mit... Du brauchst dein Ladekabel. Wie meinst du... Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Ist aber auch besser so Du sollst ihn nicht zu lange in der Ladestation lassen Sag mir bitte, du hast mit Ignatius Ja, hat er Sehr schön Du hast nichts Du bist sowas von scheiße Dorothea So Gehen wir es an Das wird jetzt Wieder langes Gequatsche Doch ich mobbe Doro so gerne wie ich So gerne und so lange wie ich will Doro ist einfach scheiße Doro 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 Hanne-Man! Wie ist denn, dass ich die Verlangen habe? Ich bin sehr schwer. Ich bin sehr nahe. Ich bin sehr nahe. Ich bin so, Herr. Ich bin noch nicht so schnell. Ich bin noch nicht so schnell. Ich bin noch nicht so schnell. Was hast du gesagt? Oh nein! Ich liebe Spinnen. Das heißt, du hast gesagt, dass mein Gehirn ein wenig interessiert ist. Wir haben die Möglichkeit, die Gehirn zu haben. Das ist unglaublich. Der Gehirn, der Gehirn, der Gehirn hat, den Gehirn zu haben. Der Gehirn hat die Gehirn zu haben. Ich denke, dass das Gehirn zu haben. Ich denke, dass ich mein Gehirn zu haben. All die Gehirn zu haben, die die Gehirn zu haben, die die Gehirn zu haben. Wenn man die Gehirn zu haben, dann wird das Gehirn zu haben. Das ist mein Gehirn zu haben. Das ist ein einziges Mal, der Gehirn zu haben. Super! Super, Herr! Ich bin meine Gehirn zu haben. Das ist eine gute Idee. Ich habe mich mit dem Gehirn verletzt. Ich werde es machen. Ich werde es machen. Herr Kahneman, Sie sind auch. Ich sage dir, dein Gehirn zu schießen. Er ist für den brillen Versuch. Nein, das ist es zu uns. Für die größten Versuch ist es nicht zu suchen. Das ist ein Zeug. Wir werden auch mit anderen Menschen mit meinen Schlechern gehalten. Na ja, ein gewisser Grieche in der Antike hat das anders gesehen mit dem Geschrei, wenn er was entdeckt hat in seiner Forschung. Auch mit dem sich bedeckt halten, auch. Und vielleicht in der Badewanne rausspringen, auf die Straßen laufen und Heureka rufen. Aber anderes Thema. Er hat eine Frage nicht beantwortet. Ja, er wollte, dass ich die übernehme, aber das höre ich gar nicht ein. Ich erzähle doch jetzt nicht, was ihm passiert ist. Ich muss hier die Gespräche mitbekommen. Was ist das? Ah, Thrill. Er hat sich aussehen. Du hast jetzt gearbeitet? Ja. Ich habe eine große Wasser-Liebe gemacht. Ich habe mich nicht verletzt, damit ich mich nicht verletzen kann. Ah, das ist das, was ich sehen. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mir gefühlt, dass ich mich in der Luft geblieben habe. Oh, aber ich habe keine Ahnung, ich arbeite. Hey, was ist das lustig? Eh? Es ist so schön, dass es so schön ist. Es gibt immer nur die Luft geblieben. Die Luft geblieben wird plötzlich verändert. Und das ist, dass es die Luft geblieben ist. Ich bin nicht so weit. Ich kann nicht so weit sehen, dass der Licht der Lichter der Sonne nicht so sehen. Das ist eine sehr schöne schöne Worte. Wenn du das Gefühl hast, wird es nicht mehr so sein. Ja, das ist das. Was? Ich habe mich auf die Fragen zu dem Ignaert und habe mich sehr interessiert. Ich habe mich nicht überrascht, weil ich mich nicht so will. Ich habe noch nicht gedacht, dass ich das Gefühl habe. Ich glaube, das ist das Gefühl, Thrill zu sein. Ich glaube, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe. Hm. Ich habe das Gefühl, dass ich das Palmyra in meinem Erinnerung habe. Es ist ein Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Es ist ein Gefühl, dass ich von der Stadt entfernt bin. Es ist wirklich nichts. Ich konnte nicht mehr sehen, dass ich nicht am Tag und ich bin. Ich konnte nicht wissen, dass ich wirklich dort bin. Aber es ist unmöglich, das ist mir sehr gut. Ich erinnere mich, dass ich mich gerade fühle, schönes Gefühl habe. Ich denke, dass ich mich für mich im Szenen bin, dass ich das Gefühl, mir dein Leben in den inneren Gehäfen werde. Ich denke, es ist auch ein Wunder, was ich. Aber das ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, wie immer ein Wunder, und das ist ein Wunder. Es gibt einen solchen Ort in Palmyra. Ich denke, es ist so ein Wunder. Ich denke, es wird so einfach so wunderviert. Ignaerts ist wirklich anders, glaube ich. Hm? Wie ist das? Also, glaube ich... Es ist anders, wenn man sich über die Wunder, Wenn du so ein Mensch mit ihm bist, oder? Und du bist so ein Mensch? Haha, das ist das auch so, glaube ich. Ich möchte auch noch ein bisschen fahren, Palmyra. Hey, Züril. Wenn du dich wiederherrschst, dann gehst du mit dir zusammen? Das ist so ein bisschen wie ein Kind. Es ist so, was das? So, äh, zeig dir etwas Respekt, okay? Äh, ob ich für alles ne Erklärung habe? Ich sag mal so, Sordi hat das eben schon erwähnt, als wir darüber gefragt haben, oder so ähnlich. Und welches Kapitel ich aktuell bin? Äh, 19. Wenn wir das hier fertig haben, machen wir, können wir auf 20 kommen. Ne, ich hör noch nicht auf. Und nein, ich habe deine Frage nicht beantwortet. Ich habe damit geantwortet, äh, was habe ich genau gesagt? Das sehe ich gar nicht ein, dass ich die Frage beantworte. Das kannst du schön selber machen. Ich habe hier zu tun, ich muss hier, ich muss hier die Gespräche mitbekommen. Deswegen kannst du ruhig die Frage selber beantworten. Es ist wirklich so. Ja, es ist wirklich so. Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ich weiß nicht, wie ich sage, dass ich das ganz wichtig bin. Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich mich für die Zukunft bin, dann bin ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich das Polizier zu tun habe, was ich nicht mehr tun kann. Nein, ich weiß, dass ich nur kaffee, wenn ich das für den Geistig sind, bin ich nicht mehr als ich. Ich weiß, dass ich auch nicht hier bin. Ich weiß, dass ich jetzt nicht die Arbeit für mich, wenn ich da bin. Ich weiß, dass ich das alles für mich für den Geistig ist. Ich verstehe. Aber wenn man die Reise endet, wie geht es? Ich werde nicht endet. Immer. Ich verstehe. Das Leben ist, dass du in deinem Leben wundervollst. Ich bin auch der Heilige Geist. Ich bin der Heilige Geist. Ich bin der Heilige Geist. Ein Grund? Das ist ein Grund für mich. Ein Grund? Ja, das ist ein Grund für mich. Für mich ist das nicht alles. Für mich ist das mein Ziel. Wenn ich das Ziel ist, dann bin ich hier. Für mich ist das Ziel? Für mich ist das Ziel. In diesem Grund für mich ist das Ziel. Das Ziel ist ein tolles Stück mehr, aber ich denke, es muss ich es nicht. Ich glaube, es ist das Ziel. Der Sobire ist das größte. Du wirst du späteren, was du mehr wichtig ansehen? Du solltest du meinen Gegen nachher du siehst du? Du solltest du dich dabei sein um. Du solltest du mit dir die Zukunft zu arbeiten? Ich möchte mich jetzt einmal überlegen. Ich weiß nicht, dass ich das Problem für Seteß war. Ich habe das Gefühl, dass ich das erste Mal gesehen habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das erste Mal gesehen habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das erste Mal gesehen habe. Okay. Okay. Oh, it's a bad thing, Kane Setes. You see, my husband is a little bit like talking. So, you can't wait to tell me about your small problems. My husband has been pregnant... When I was young, my husband was a little bit nervous. I'm thinking about how to heal my heart. I'm thinking about how to heal my heart. Wenn man so sagen, ist das nicht nur ich, sondern Manuela. Oh, Manuela ist ja. Ich glaube, dass man sich auf die Krankheit verletzt, aber... Was soll ich sagen? Nein, ich glaube, dass mein Mann auch immer noch ein paar Jahre lang verletzt. Aber ich glaube, dass du nicht ganz anders verändert hast. Ich glaube, dass mein Mann auch immer noch ein paar Zeit. Ich habe mich nur auf dieses Mal gedacht, und da ging es nur auf diese Zeit. Ich habe es nur auf diese Zeit geplant. Ich kann mich auch jetzt auch auf die Jahre etwas fühlen. Hmm, so glaube ich. Ich bin auch für meine Frau, das ist es. Ich bin ein Frau, dass ich die Frau, zu Beginn an der Welt war. Ich bin von dir geplant. Aber ich bin von dir, dass ich dir, dass ich meine Frau, Ich weiß nicht, dass du mit mir aufhören hast. Aber du bist und du bist sehr gut. Du bist wie lange mit einem Familie zusammen. Na, das ist das, was du? Du bist auch, wie du mit dir so... Ich möchte die Frage zu haben. Nach dem Fragen Sie über huntingtrail. Wenn man sich da die Frau noch lange schluss stellt, dann wird man nicht mehr überfordren. Ich bin immer noch nicht. Mal schauen. Wenn man im Messe, wir brauchen nicht mehr. Aber? Ich bin normal zu wollen. Ich glaube, ich bin mit dem Schrauben zu kommen. Ich glaube, ich bin mit der Frau. Natürlich. Ich werde es über die Frau, die ich benutze. Was ist das, was ich? Ich habe es sicher gesagt, dass ich nicht mehr Arbeit und ich habe es nicht mehr. Das war's für mich. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. 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 Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. 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 Du w乘fst, aber ich bin froh. Oder soll ich sagen, was ich? Ja, und bitte. Und bitte, bitte. Ich würde mich auch an einen anderen Geist machen. Ich würde mich auf die Kage spielen, wenn ich auf die Kage spielen möchte. Oh, ich würde mich wieder auf die Kage spielen? Das ist eine gar nicht so, was ich. Ich glaube, dass es noch ein paar Jahre lang ist, oder? Ich finde, dass es heute ein bisschen verrückt. Ich glaube, dass es noch ein paar Jahre lang ist. Ich glaube, dass es sich das ganze Zeit für das Baby-Hörl-Hörl, als ich das Baby-Hörl-Heinze gemacht habe. Ja, das ist schon eine kleine, die dem Leben in der Welt war. Aber ich glaube, dass es jetzt nicht ein Vergriff, weil es ist so eine Veranstaltung. Ich glaube, ich glaube, dass ich es nicht zum Beispiel eine Veranstaltung haben. Daran glaube ich auch ganz stark, dass du das schaffst. Ach ja, ähm, nein. Ja, ähm, nein. Ich denke, ich bin ein Freund. Ich denke, dass ich mich sehr interessiert habe. Ich möchte mich sehr interessieren. Ich möchte nur das wissen. Natürlich, ich verstehe. Ich freue mich sehr, dass ich mich sehr interessiert habe. Und ich freue mich auch sehr. Und ich denke, dass ich mich für mich als Kind ist, dass ich mich für mich als Kind ist. Das war's für mich. Ich habe mich über die ganze Zeit gesagt, dass ich mich nicht leben soll. Ich habe mich vertragt. Ich habe mich über alles in deinem Leben gebetet. Ich werde mich verstecken. Ja, ich habe mich sehr Angst und mir gebetet, wenn ich mich auf den Körper habe. Aber ich habe mich auch nicht so schlafen. Ich möchte mich als die anderen, als normaler Frau leben. Ich möchte, dass ihr alle zusammenleben und zusammengekommen habt. Wie bei der Frau und der Frau in der Zeit. Das stimmt. Das stimmt. Immerhin wird dein Leben entfernt von mir. Wenn wir die Zeit überwenden, dann wird das nicht verändert. Herr... Oh, Furen, was das? Keine Ahnung. Ich bin nur mit deinem Vater. Ich bin nur mit deinem Vater und deinem Vater. Ich bin auch mit deinem Vater. Aber ich bin kein Kind. Ich bin auch mit deinem Vater. Ich bin auch mit deinem Vater. Ah, ich verstehe. Aber ich sage nicht mehr, Furen. Ich bin sehr glücklich für dein Vater. Ich habe mich mit deinem Vater. Aber wenn ich diese Kriege endet, dann kann ich mich nicht mehr überrasen, wenn ich mich nicht mehr überrasen. Ich bin kein Kind. Ich würde mich nicht mehr überrasen. Ich bin nicht mehr überrasen. Ich habe mich nicht mehr überrasen. Ich weiß nicht, dass es nicht mehr so ist. Ich bin nicht mehr überrasen. Ich bin ein Kind. Ich würde mich nicht mehr überrasen. Ich würde mich nicht mehr überrasen. Ja. Ja. Was ist das? Ja, was ist das? Ja, du. Ich werde dich so gemacht. Ich werde dich so gemacht. Und du? Ja. Da sagt er nix zu. Schön. Tishol. Also, dass der Vater ist, wusste ich ja schon, dass sie ne Verbindung zu Cetelan haben, wusste ich auch. Das war ja sowieso die letzte Vermutung. Sind das jetzt die Nachfahren von denen, oder sind die das jetzt wirklich? Das ist so. Also, ich sag das sind die wirklich, könnte aber auch sein, dass das Nachfahren nur sind und genauso heißen. Äh, Backups kannst du aber auch nur erstellen, wenn du, äh, online hast, den Online-Dienst. Die Nachfahren? Okay. Ja, aber Sorgi vielleicht nicht. Ja. Ja. Ich möchte, dass du auch nicht, dass du das Recht hast, wenn du, äh, in der Säteß Ich denke, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass mein Vater für mich ist, und ich will nicht gern sein. Ah, das ist doch alles. Ich habe mich bedacht, wenn ich mich, nicht so aufhören, aber ich würde sagen, dass es nur ein paar Dinge ist. Ja, natürlich. Ich bin ein wenig, was ich nicht zu Hause gekommen ist. Hast du dich, wenn du das Gefühl hast, mit deinem Vater zu erzählen? Nein, nein, es gibt noch keine Zeit, aber ich habe auch nicht zu verabschieden. Ich habe auch nicht zu verabschieden, dass ich mich nicht zu Hause verabschieden, aber ich habe es tatsächlich zu verabschieden, und ich habe es in der Zeit, dass ich mich nicht zu Hause bin, und ich habe es nicht zu verabschieden, Ich habe es, dass ich mich nicht so fühle, wenn ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle. Mein Vater ist ein Mensch, aber er kann ich mich nicht so fühlen. Ich bin nicht so nett, dass ich ein Gala-Tier-Hab. Aber so ist es... Ich weiß nicht, wie ich es. Herr Tess, vielen Dank. Ich glaube, ich werde mit meinem Vater sprechen. Ich habe mich, dass mein Vater ist. Ich habe mich, dass mein Vater ist. Aber ich habe mich, dass mein Vater war. Wenn ich mich überlebt, mein Vater... Ich habe mir mehr erhofft, um ehrlich zu sein. Ja, ist ja nicht viel, 30 Level pro Char, da kann man nochmal neu anfangen und vielleicht hast du diesmal ein bisschen mehr Glück. Ja. Ja, der aktuelle Stand ist weg. Aber im Hauptmenü unter Unterstützungs gibt es die ja auch noch. Lass mich mit den Verrückten nicht allein, bitte nicht! Nein! Ja, ja, ich wusste, was du meinst. Aber das hat man ja schnell aufgeholt. Also ich denke mal bei Level 30, da ist jetzt nicht die allzu großen Supports gehabt. Hmm. Ja. 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 Ja.